Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 28. Juni 2018? Heute ist Vollmond. Das bedeutet, dass Sonne und Mond liegen gegenüber. Sonne, die Scheinbewegung der Sonne, ist in Tierkreiszeichnen Krebs und Mond befindet sich in Tierkreiszeichnen Steinbock. Und die beiden Tierkreiszeichnen liegen gegenüber. Warum sehen wir den Mond bei diesem Vollmond? Die Antwort ist ganz einfach. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt das Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Wenn die beiden Lichter Sonne und Mond gegenüberstehen, aus der Erde aus betrachtet, dann kann die Sonne ganz und voll den Mond beleuchten und wir erleben das als Vollmond. Mond bewegt sich relativ schnell, vergleicht zu Planeten, entfernt sich ziemlich schnell von dieser Position und beginnt die abnehmende Mondphase. Jetzt etwas über die indische Astrologie. Warum habe ich mich neu orientiert oder warum habe ich diese Entscheidung getroffen, immer mehr in die Richtung indische Astrologie zu bewegen? Ich werde zwar unsere westliche Astrologie nicht ganz verlassen, aber ich werde immer mehr in diese Richtung vermitteln. Weil die indische Astrologie ist ausführlicher, weil sie arbeiten mit einem Mondkalender und sie beschreiben auch die Mondhäuser. Und die Mondeinfluss, die Mondbewegung finde ich sehr wichtig, weil die Mondenergie beeinflusst unseren Alltag. Der zweite Grund ist die Berechnung, weil das einfach präziser ist als unsere Berechnung. Es macht zwar nicht viel aus, aber immerhin diese Präzision, das was die indische Astrologie berücksichtigt. Warum ist dieser Unterschied? Weil unser Sonnensystem macht auch eine Bewegung durch den platonischen Jahr und das ist etwa 26.000 Jahre. Und wenn wir das unterteilen auf Monate, dann kommen wir etwa 2000 Jahre und diese 2000 Jahre sind die Zeitalter. Und die Bewegung ist Rückwärtsbewegung. Das heißt, nach wieder kommt die Tierkreis zeichnen Fischen, nach die Tierkreis zeichnen Fischen kommt die Tierkreis zeichnen Wassermann, Wassermann kommt, die Tierkreis zeichnen Steinbock und dann kommt die Schütze und so weiter. Und zur Zeit befinden wir uns in Wassermann-Zeitalter. Wir haben die Fischen-Zeitalter verlassen und etwa ab 2000 befinden wir uns nach diesem platonischen Jahr in Wassermann-Zeitalter, was etwa 2000 Jahre dauern wird. Und dann übergeht das alles auf dem Steinbock-Zeitalter. Und dadurch, dass das Sonnensystem diese Bewegung macht, in eine Gegenrichtung, das heißt entsteht eine spiralförmige Bewegung, verschiebt sich die Frühlingspunkte. Und wenn die Frühlingspunkte sich verschiebt, dann verschieben sich auch die Sterne und das, was die indische Astrologie, die Berechnung der indischen Astrologie berücksichtigt. Und jetzt den heutigen Tag bei diesem Vollmond. In indischen Astrologie wird betont, dass ein Vollmond Glück bringt und alle Menschen, die in Vollmond geboren sind, haben auch Glück im Leben. Und sie begründen das damit, dass wir Licht haben und wir sehen etwas. Und sie beschreiben dann, dass die Vollmond beleuchtet, unseren Lebensweg. Und so bekommen wir Klarheit und Orientierung und können wir bessere Entscheidungen treffen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet immer noch für die Krebsgeborenen, dass sie wollen etwas ins Licht bringen. Sie möchten etwas präsentieren oder sie möchten wahrgenommen werden. Und tatsächlich werden auch die Krebsgeborenen gerade wahrgenommen. Die Krebsgeborenen suchen die klärenden Gespräche, weil sie wollen Klarheit und Orientierung. Vergleich von vergangenen Tagen hat sich das verbessert. Und somit haben die Krebsgeborenen gerade die Möglichkeit, klärenden Gespräche zu führen. Aber sie sollen auf die Gefühle achten. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht, dass der andere verletzt fühlt und zieht sich zurück oder umgekehrt. Nicht empfindlich reagieren, sondern miteinander kommunizieren. Und das ist sehr wichtig momentan auch bei Krebsgeborenen und auch bei Steinbockgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen ist ein Aufstieg. Was die Löwengeborenen gerade bei ihrem Erfolg hindert, das ist die Unsicherheit. Also sollen sie ihre inneren Unsicherheit überwinden. Auch wenn die Umstände momentan noch so sind, das ist schwierig hier zu orientieren oder fehlt die Klarheit. Ein bisschen Geduld noch, weil ein wichtiger Nachkrieg nähert sich und dann kommt auch die Klarheit. Oder die Löwengeborenen können das klären. Und wichtig ist momentan diese Unsicherheit überwinden. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen kommt etwas in Bewegung. Und das ist in vertrauten Umgebung. Entweder eine Einladung oder ein Fest oder Kontakte, Gespräche oder eine kleinere Veränderung im häuslichen Bereich. Vielleicht ist auch möglich bei einigen Jungfraugeborenen sogar ein Umzug. Ein Besuch ist zum Erwarten oder eine Einladung oder ein Familienfest. Es bewegt sich einiges in vertrauten Umgebung. Die Gespräche sind sehr gut bei den Jungfraugeborenen. Auch die Verträge, das bringt auch Gewinn. Und die Jungfraugeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. So haben auch in die Liebepartnerschaft auch Glück. Und das begeistert dann die Jungfraugeborenen. Es kommt auch die Leidenschaft. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen sind momentan orientierungslos. Und sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sie sich bewegen, welche Entscheidungen sollen sie sich treffen. Kraft ist da, auch die Mut da. Aber die Orientierung fehlt, auch die Unterstützung fehlt, auch die klärenden Gespräche, absolut. Ein bisschen Geduld noch, weil eine gute Nachricht oder ein klärendes Gespräch oder eine wichtige Entscheidung wird kommen. Es nähert sich schon. Bei den Wagengeborenen ist eher wichtig, zurückhaltend zu sein, etwas noch beobachten oder geduldig sein und im inneren Gleichgewicht bleiben. Und in Ruhe liegt die Kraft und es brauchen gerade die Wagengeborenen. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, bekommen ihren Rechte. Es sind auch Einflüsse von außen, was sehr schön und angenehm ist für die Skorpiongeborenen. Und es klärt sich auch etwas auf. Wichtig ist, dass sie intuitiv handeln oder auf ihren Träumen hören, auf ihren Visionen. Wenn das zu viel ist, das werft ein bisschen zurück die Skorpiongeborenen und dann fühlen sie sich müde, erschöpft und kraftlos. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen bewegt sich einiges. Auch in die liebe Partnerschaft, auch im Beruflichen verbessert sich etwas. Ein guter Gespräch, eine gute Nachricht nähert sich schon. Und jetzt die Tierkreis zeichnen Steinbock. Einiges bewegt sich gerade bei den Steinbockgeborenen. Es sind karmische Themen, auch Lernaufgaben. Auch die Lilith bewegt sich noch hier. Und das vermittelt unseren Wünsche und Sehnsüchte. Und das sollen wir alle ernst nehmen. Aber Besonderes wirkt das bei den Steinbockgeborenen. Dass eure Träume nicht aufgeben oder ihren Wünsche, Sehnsüchte, Leben und das Umsetzen im Tat. Wichtig ist auch noch bei den Steinbockgeborenen, dass sie die Kontakt suchen mit jemandem, weil es ist wichtig, ein Gespräch zu führen. Wenn jemand wartet auf einen Nachricht. Und so kommt wieder die Verbindung. Und wenn wir schon bei Wünsche sind. Die heutigen indischen Mondhaus, was hier wirkt, heißt Purvashada. Und diese Purvashada beschreibt auch die Wünsche und die Sehnsüchte. Das passt genau zu dieser Lilith-Energie. Und das besagt, dass wir das auch ernst nehmen sollen und diese Wünsche umsetzen im Tat. Und wenn jemand Wut hat oder unzufrieden ist oder kränkt etwas, dann liegt die Ursache an den unerfüllten Wünschen. Und das ist das, was dieses Mondhaus uns vermittelt. Weil genau in diesem Bereich bewegt sich der Mond. Der Mond nimmt diese Energie auf. Diese Botschaft vermittelt uns alle. Also es trifft nicht nur die Steinbockgeborenen, sondern trifft uns alle gerade. Und mit diesem Vollmond soll es uns auch bewusst sein. Also die Wünsche, Angst nehmen, als Ziel setzen und konzentriert auf diesen Zielen bleiben. Und wenn jemand krank ist, unzufrieden oder hat Wut, dann liegt es daran, weil Wünsche hat. Und diese Wünsche sind unerfüllt. Oder diese Person meint, das ist alles so hoffnungslos. Die Türkreis zeichnen Wassermanngeborenen, befindet sich gerade in einer Wandlung. Und vieles ändert sich in ihrem Leben. Auch die Finanzen, auch die Werte und Wertschätzung, auch die Verträge spielen eine große Rolle. Gerade bei den Wassermanngeborenen. Und Karma, selbstverständlich. Die alte Karma, die absteigende Mondknoten oder wie die indischen Astrologen bezeichnen, die Drachenschwanz, bewegt sich gerade in Türkreis zeichnen Wassermann. Und das löst etwas aus, bei dem Wassermanngeborenen und das ist die alte Karma. Alte karmischen Erinnerungen oder karmischen Themen, Lernaufgaben. Und gerade bei dieser rückläufigen Maß, in Türkreis zeichnen Wassermann, Rückläufigkeit ist oft ein Hinweis auf die Karma, dass ein männlicher Person kehrt zurück von die Vergangenheit. Oder bei den Männern gibt es auch ein karmisches Thema und es betrifft die liebe Partnerschaft, weil gegenüber im Türkreis zeichnen Löwe befindet sich Venus. Das heißt, Mars und Venus spiegeln sich etwas, aber nicht nur Mars und Venus, sondern die beiden Mondknoten auch. Die Türkreis zeichnen Fischengeborenen sollen ihren Unsicherheit überwinden und diese Unsicherheit kommt in die liebe Partnerschaft. Und auch wichtig bei den Fischengeborenen an ihren Träumen vertrauen und intuitiv handeln, weil daran liegt die Stärke bei den Fischengeborenen. Und das auch Vertrauen und das auch Glauben an diese Vision. Und dann kommt alles im Fluss und das ist eine schöne Bewegung, weil daran liegt die Glück bei den Fischengeborenen. Die Türkreis zeichnen Wiedergeborenen, haben gerade einen Prozess und das ist die Heilung. Nicht nur heute, das ist ein wichtiges Thema, etwas in Ordnung zu bringen oder eine Heilung bringen. Entweder bei Krankheiten oder einer bestimmten Situation, was kränkt und es seit längerer Zeit kränkt, da kommt die Lösung, da kommt die Heilung. Natürlich kann das auch bedeuten, die Interesse an Gesundheit oder die Berufung leben und das ist in dieser Richtung. Und wenn wir schon bei Beruf und Berufung sind, viele Wiedergeborenen suchen gerade ihren wahren Berufung oder kommt ein Aufstieg, einen beruflichen Aufstieg. In die Liebe Partnerschaft haben die Wiedergeborenen Glück und eine gute Nachricht nähert sich. Die Türkreis zeichnen Stiergeborenen. Ändert sich etwas, nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit werden viele, viele Veränderungen kommen. Aber heute ist auch zum Erwarten unerwartete Ereignisse und es beeindruckt die Gefühle, die Stiergeborenen. Ist aber etwas Angenehmes zum Erwarten. Die Türkreis zeichnen Zwillingsgeborenen sind immer noch zurückhaltend und sie sammeln die Kraft. Sie wollen sich ausruhen. Es war in der letzten Zeit zu viel, zu hektisch und sie brauchen gerade die Erholung und brauchen gerade die Ruhe. Und das würde ich auch empfehlen, weil in Ruhe liegt die Kraft und sie sammeln diese Kraft. Und in den nächsten Tagen kommt aber einiges in Bewegung. Eine Nachricht ist unterwegs und auch die Handlungen, auch berufliche Veränderungen und auch vieles Neuigkeiten in die liebe Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Was ist das und wie funktioniert das? Die Blitzberatungen sind E-Mails-Beratungen. Das heißt, sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben sie ihre Situation und stellen sie ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails wirklich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Denderasusannamedici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.